Ja, lecker, Mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel? Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's! Lass uns glücklich sein! Mit Julia Reichert. Hallo, ich bin's, Daniela. Und ich freue mich, dass du heute wieder bei Meno Mio dabei bist. Heute spannendes Thema, das ich mit Julia bespreche. Wir sprechen über Brain Fog. Und bevor ich es vergesse, stelle ich dir auch gleich jetzt meinen Werbepartner vor. Vielleicht hast du schon bemerkt, Aktivir hat ein neues Design. Aber nicht nur das, es gibt nun auch eine neue, noch cremigere Rezeptur. Taugt mir persönlich voll, denn ich liebe cremige Joghurts. Und was ich an Aktivir auch super finde, es ist einfach mehr als ein herkömmliches Joghurt. Aktivir hat einen einzigartigen Mix aus fünf natürlichen Kulturen, darunter die Bifidus Acti Regularis Stämme. Diese Stämme sind wahre Überlebenskünstler und erreichen lebendig deinen Darm, um dort ihr wohltuendes Können sozusagen ganz zu entfalten. Was bedeutet das? Ganz einfach, noch mehr Wohlbefinden. Für mich aber das Allerwichtigste, Aktivir schmeckt einfach köstlich. Es tut meinen Darm bzw. im Bauch gut und somit auch mir. Weitere Infos zu Aktivir verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Hirn to go, so der Titel eines Buches von Julia Reichert, der mich sofort in seinen Bann gezogen hat, weil mich nämlich die Subline nicht mehr losgelassen hat. Pass auf, die heißt, was wir von listigen Hirnforschern und smarten Prostituierten lernen können. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass die Julia aufgrund meines Lobliedes auf meinem Instagram-Kanal Kontakt mit mir aufgenommen hat und sich dafür bedankt hat, dass ich eben ja sehr wohlwollend über Hirn to go gesprochen habe. Und noch viel cooler ist, dass sie heute bei Menomio zu Gast ist und mit mir über das Thema Brain Fog spricht. Julia, ich freue mich sehr, dass ich dich begrüßen darf. Hallo, liebe Daniela. Ich bin auch sehr froh, hier sein zu dürfen. Ich grüße dich. Du bist geborene Hamburgerin, hast in Potsdam und Paris Germanistik und französische Philologie, also die Wissenschaft, die sich mit der Erforschung von Texten in einer bestimmten Sprache beschäftigt. Ich gebe es zu, das ist gegoogelt und jetzt vorgelesen. Das hast du studiert. Du hast Flüchtlinge unterrichtet und ab 2018 Neurowissenschaften der Sprachen in Nordspanien studiert. Seit 2019 lebst du in München und arbeitest als Autorin, schreibst unter anderem für die Münchner Abendzeitung und eben auch so tolle Bücher wie Hirn to go. In dem Buch erklärst du aus neurowissenschaftlicher Sicht, warum wir unsere Probleme quasi uns ja auch selber aussuchen, warum wir stets nörgeln, warum Depressionen praktisch sind und warum wir vergessen, was wir vorgestern gefrühstückt haben. Hat das eigentlich alles ein und denselben Ursprung, diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe? Ja, tatsächlich schon. Die ersten drei vor allem, die du angesprochen hast, die haben damit zu tun, dass wir alle einen kleinen Miesepeter da oben sitzen haben. Also wir haben alle einen angeborenen Fokus auf das Negative und das hat sich auch in all der Zeit, seit es Menschen gibt, nicht geändert. Es ist einfach so, dass wir auf negative Reize in unserem Umfeld reagieren müssen. Denn würden wir das nicht tun, würden wir jeden dritten Tag wahrscheinlich vom Bus überfahren werden, weil wir gar nicht darauf achten würden, dass uns eine Bedrohung naht. Und deshalb hängt das alles miteinander zusammen. Und ich versuche in dem Buch eigentlich darauf einzugehen, oder ein Bewusstsein zu schaffen, dass es so ist und dass es aber auch nicht unbedingt schlecht ist. Zum Beispiel habe ich zu dem Thema letztes Jahr in Freiburg auch einen TED-Talk geben dürfen. Der ist jetzt auf YouTube und der heißt Why bad feelings are good and normal? Weil ich einfach Bewusstsein dafür schaffen möchte, dass in dem Negativen auch so viel Gutes steckt. Weil wie gesagt, hätten wir kein Bewusstsein dafür, dann würden wir Bedrohungen gar nicht wahrnehmen. Den anderen Punkt, den du angesprochen hast, mit dem, dass wir uns nicht gut daran erinnern können, was wir gestern gefrühstückt haben, ist auch ein interessantes Phänomen. Nein, weil unsere Gedanken oder unsere Erinnerungen sind ganz stark verwoben mit Emotionen. Und das liegt daran, also wenn ich das kurz erklären darf, der Hippocampus, der Bereich, wo Erinnerungen abgerufen und auch gespeichert werden. Und die Amygdala, die mit dem Labeling sozusagen von emotionalen Momenten zu tun hat, die sitzen direkt nebeneinander im limbischen System. Das heißt, die sind quasi wie Nachbarn, die sich sehr, sehr gern haben. Und die sind auch neuronal extrem stark verbunden. Das heißt, dass jede Erinnerung und alles, was wir erleben, immer mit einer Emotion verbunden ist. Und das bedeutet wiederum, dass wenn wir jetzt zurückdenken an unseren allerersten Kuss oder das erste Mal, dass wir einen geliebten Menschen verloren haben, dann ist das, auch wenn das Jahre zurückliegt, immer noch sehr viel präsenter, weil es mit so einer starken Emotion verbunden wurde, diese Erinnerung. Wenn ich jetzt aber daran denken soll, was habe ich vor drei Tagen mittags gegessen, dann kann ich mich tatsächlich nicht daran erinnern, obwohl es nicht so lange zurückliegt. Aber ich war einfach nicht so emotional involviert. Es war mir wahrscheinlich ein bisschen egaler als mein allererster Kuss. Und so spielt das alles zusammen. Was wir jetzt, glaube ich, noch nicht beantwortet haben, warum Depressionen praktisch sein können. Warum? Ja, das war eben auch dieser Punkt, den ich meine, mit dem Fokus auf das Negative. Dass wir jetzt sagen, zum Beispiel eine Depression oder sagen wir vielleicht mal eine depressive Phase, weil ich glaube, damit kann sich jeder noch besser identifizieren, weil jeder das im Leben mal irgendwie erfahren hat, dass man da merkt, also eine Depression ist ja etwas Angestautes im Sinne von, ich kann meine Gefühle da nicht frei, keinen freien Lauf lassen. Und es ist immer ein Indiz dafür, dass etwas in meinem Leben nicht stimmt und dass ich einen größeren Fokus darauf lenken muss, dass gerade etwas aus dem Gleichgewicht gelaufen ist. Also das ist quasi ein Zeichen unseres Körpers, hey, du musst wirklich was ändern. Und das ist wieder ein positiver Teil auch an einer depressiven Phase und an schlechten Gefühlen sozusagen. Also eigentlich voll schlau unser Gehirn einerseits, aber andererseits habe ich auch schon voll oft gehört, dass man das Gehirn ja auch austricksen kann. Also im Sinne, wenn man lächelt, also wenn man einfach seine Mundwinkel in die Höhe zieht und das einfach nur so tut, weil man sich vielleicht aus einer schlechten Phase oder was auch immer herausholen möchte, dann checkt das Hirn nicht, ob ich jetzt lächle, nur weil ich so tue oder ob ich lächle, weil ich wirklich glücklich bin. Stimmt das, dass man da das Hirn so austricksen kann? Ja, absolut. Gerade lächeln ist ein gutes Beispiel, weil wenn ich lächle, dann werden genau die Stoffe ausgeschüttet, wie wenn ich wirklich glücklich bin. Also man kann glücklich sein und lächeln oder lächeln und daraufhin glücklich werden. Das ist total spannend. Deshalb auch die, wenn man ein Mindset hat und sehr optimistisch an den Tag geht und immer das Positive sieht, dann ist man auch insgesamt glücklicher. Es ist ja auch gerade so momentan in aller Munde auf Social Media Kanälen schwerst propagiert und auch in den Medien meiner Meinung nach ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das Manifestieren, also sprich, dass ich mir alles Gute einfach nur vorstelle und dann passiert es. Du sprichst ja im Buch auch von der Gesetz der Anziehung. Warum funktioniert das oder eben nicht? Ja, es ist super spannend. Ich kannte das früher schon aus dem spirituellen Bereich oder aus dem Bekanntenkreis, dass Leute gesagt haben, du musst einfach nur daran glauben, dann klappt es schon. Und irgendwie stimmte das ja auch. Aber man sucht dann manchmal auch den wissenschaftlichen Beweis oder liest sich da weiter ein. Und ich fand es ganz spannend. Ich habe eine Studie gefunden von der Dr. Amy Palmer, einer Neuropsychologin, und die hat das untersucht und konnte das auch nochmal bestätigen. Und zwar ist es so, sie hatte herausgefunden mit Patienten in einem MRT, dass im Gehirn dieselben Schaltkreise aktiv waren, wenn jemand an etwas gedacht hat, sich einen Bewegungsablauf zum Beispiel vorgestellt hat. Der war gleich, wie wenn die Person diese Bewegung wirklich ausgeführt hätte. Und dazu gibt es auch nochmal eine Studie aus dem musikalischen Bereich, wenn jemand an einen Song gedacht hat, also an We Will Rock You. Wenn er nur an den Song gedacht hat, dann waren dieselben Bereiche aktiv, wie wenn er den Song wirklich gehört hätte. Und das ist total spannend, weil das gibt uns einfach Einsicht darin, dass wenn wir uns mehr mit dem Thema beschäftigen, also zum Beispiel ich habe ein Ziel und ich stelle mir detailliert vor, wie ich dieses Ziel erreiche, dann können wir es auch besser erreichen. Und das ist das Spannende daran. Ich habe auch gehört, dass besonders Sportler sich das zu eigen machen, dass sie sich vorstellen, okay, ich fahre dann so und so schnell den Berg runter und ich trage dann die Goldmedaille und so weiter und so fort. Das finde ich super spannend. Ich höre das auch immer wieder, dass man sich nicht nur die Bilder vorstellt, sondern auch dann wirklich reingeht in die Situation, also im Sinne von, um beim Skifahrer zu bleiben, es ist kalt, aber die Sonne scheint, ich habe gute Sicht, ich kann alles gut sehen, ich fühle mich gut. Also da wirklich alle Sinne anzusprechen, um das dann so gut wie möglich sich herbeizuwünschen, oder? Genau, das geht auch andersrum. Ich habe jetzt dieses Jahr noch ein Buch veröffentlicht über Neurokommunikation, das heißt, wie erfolgreiche Menschen reden. Und da geht es darum, mit Lampenfieber umzugehen. Und da kann man sich dieses Phänomen auch zu eigen machen und sagen, ich stelle mir die Situation meiner Rede, meiner Präsentation, was auch immer vor und ich bin gedanklich in dem Raum und ich stelle mir absichtlich das Worst-Case-Szenario vor. Also was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Und dann kommen die Teilnehmer meistens auf den Trichter, dass nichts passieren wird. Sie werden nicht ausgelacht und sie sterben natürlich auch nicht, sondern Worst-Case ist, dass sie dastehen, irgendjemand lacht vielleicht, okay, so what? Aber am nächsten Tag hat das jeder wieder vergessen. Und deshalb ist das auch ein gutes Mittel, um Lampenfieber zu senken. Den Zugang, ich habe das Buch natürlich auch gelesen, den habe ich sehr spannend gefunden, weil das auch sehr erleichtert irgendwie. Weil genau wie du sagst, es kann ja in Wahrheit nichts Schlimmes passieren. Und auch wenn, keine Ahnung, der Ton ausfällt, ich vielleicht den roten Faden verliere oder was auch immer. Das macht ja alles nur menschlich und es kann in Wahrheit gar nichts Schlimmes passieren. Um aufs Thema zu kommen. Das Thema Brain Fog ist tatsächlich eines, was auch mich persönlich sehr betrifft und sicher eine der schlimmsten Symptome, sagen wir so. Mir ist es tatsächlich vor kurzem passiert, dass ich sehr teures Equipment in der Straßenbahn stehen habe lassen. Und zwar nicht so, dass ich aussteige und mir denke, oh, oh je, sondern na, ich bin dann noch nach Hause gegangen, es ist ein Weg von circa drei, vier Minuten, komme in die Wohnung, habe nur überlegt, mir einen Kaffee zu machen und dann schießt man irgendwie mal, ich muss schauen wegen der Speicherkarte und dann suche ich den Koffer und suche und suche und dann, shit, da steht ihr in der Straßenbahn. Sehr, sehr lange Geschichte, ganz kurz, es ist alles gut ausgegangen. Aber also das war ein Wahnsinn. Das war natürlich eine extreme Stresssituation, weil das Equipment von meinem Job bei Vipodit eben war und ich es mir nicht erklären konnte, warum mir das passiert ist, weil ich hatte einen Rucksack um und dann ist das so ein großer, sehr behäbiger Koffer, schaut aus ein bisschen wie ein Bombenkoffer und das war auch das Glück, dass sich niemand nehmen hat, glaube ich. Und der ist wieder da gewesen. Aber also diese Echte Watte im Kopf, dieses überhaupt nicht Bewusstsein, Was ist das? Ich fand deine Geschichte sehr gut. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Aber wenn ich dich da beruhigen darf, ich bin noch nicht in den Wechseljahren und mir passiert sowas auch ständig. Und zwar immer häufiger, wenn ich wirklich nicht konzentriert bei der Sache bin. Wenn ich gestresst bin, dann kommt mir sowas auch vor. Ja, aber ich kenne das eben gar nicht. Also ich war das nie, noch nie. Also ich war immer the brain bei uns in der Familie. Es ist ungeschriebenes Gesetz. Wir verlassen alle das Haus. Mein Mann geht spätestens, wenn wir beim Auto sind. Ich habe was vergessen. Aber ich kenne das nicht. Ich hatte das vor den Wechseljahren tatsächlich noch nie. Aber Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, nee, gar kein Problem. Das ist sehr spannend. Ja, zum Thema BrainFork habe ich mich auch ein bisschen belesen, weil ich es wirklich sehr spannend fand. Und ja, ich habe so ein paar Forschern zugehört und das war sehr unbefriedigend, weil die alle meinten, ja, weiß eigentlich auch niemand so richtig. Da dachte ich mir, es kann doch nicht sein und bin noch ein bisschen tiefer in die Materie gegangen und habe etwas herausgefunden, was ich dann doch recht plausibel fand. Und zwar ist es ja so, dass sich in den Wechseljahren einfach der ganze Körper der Frau umstellt und damit natürlich auch das Gehirn. Und am extremsten ist der Unterschied bei den Hormonen, weil besonders das Östrogen bei der Frau abfällt. Es ist aber so, dass Östrogen wichtig für den Glucosetransport im Körper ist. Und Glucose wiederum brauchen wir einfach zur Energiegewinnung. Wenn jetzt aber urplötzlich weniger Östrogen da ist, dann wird auch die Glucose schlechter transportiert und wir haben manchmal einfach weniger Energie zur Verfügung. Unser Gehirn allein braucht aber schon 20 Prozent des Tagesbedarfs an unserer zur Verfügung stehenden Energie. Und allein deshalb kann es dann schon zu diesen kleinen Gedächtnisaussetzern kommen. Das ist eigentlich vergleichbar, wie wenn ich jetzt, ich mache jetzt eine ganz extreme Diät und habe wenig Energie zur Verfügung. Und wenn man daran zurückdenkt, wenn man jetzt fastet oder so, ich kann da gar nicht arbeiten. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, weil mir diese Energie fehlt. Wirklich? Voll spannend. Und ich bin, also ich habe schon zweimal gefastet, ich bin so klar und so fokussiert im Kopf. Also es ist echt spannend, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, nee, das ist, wenn ich, wenn ich faste, dann gehe ich in die Natur und wandern und denke aber nicht, also lesen geht vielleicht noch, aber denken im Sinne von, dass ich arbeite, mich konzentriere, das geht wirklich gar nicht mehr. Und, oder sonst vielleicht, vielleicht siehst du dich da eher wieder, wenn man jetzt mal eine Zeit lang zu wenig geschlafen hat, dann fällt einem die Konzentration auch extrem schwer. Und das ist ziemlich vergleichbar zu der Zeit, wenn ein Brain Fog einsetzt. Und der Körper muss einfach wieder lernen, eine andere Energiequelle zu finden. Also darf sich nicht nur auf das Östrogen verlassen, sondern findet auch mit der Zeit wieder andere Energiequellen, sodass es sich wieder einpendelt. Okay, also auf die Frage, wie werde ich Brain Fog wieder los, ist einerseits zu schauen, dass man gut schläft. Da habe ich gerade in der Folge davor mit der Barbara Birke viel darüber gesprochen, über den guten und gesunden Schlaf. Aber gibt es irgendwie was, wie ich aktiv eingreifen kann? Also quasi irgendwie mein Gehirn trainieren oder so? Ja, ich weiß schon, wir möchten ja immer gerne unsere Laster sofort loswerden. Das ist jetzt echt schwierig zu sagen, weil ich denke, was sehr wichtig ist, ist das Bewusstsein dafür, dass es ja wieder weggeht. Also dass man nicht in Panik verfällt und denkt, man sei jetzt unheilbar krank, weil das ist nicht der Fall. Es ist bestimmt beängstigend, aber das ist eben wie, wenn ich zu wenig Schlaf habe und ich kann mich schlecht konzentrieren, dann muss ich einfach mal wieder gut schlafen und weg ist es. In den Wechseljahren wird es sicherlich etwas länger dauern, bis der Körper sich daran gewöhnt hat und unterstützen kann man ihn aber mit einer gesunden Ernährung, weil eben das ist auch eine wichtige Energiequelle für unseren Körper. Ausreichend Schlaf, Routinen und wichtig ist auch, sich nicht zu überfordern. Also wenn ich merke, ich vergesse ständig Dinge und ich kann mich nicht konzentrieren, wäre am besten, wenn man sich eine Auszeit gönnt. Ich würde immer empfehlen, wandern zu gehen, draußen zu sein und sich da auf gar keinen Fall zu überfordern und zu stressen. Heißt ja auch immer wieder, bewege dich und halte so dein Gehirn gesund. Also wirklich einfach die Bewegung, also sei es Wanderungen oder Spazierengehen, Laufen oder was auch immer, um nicht nur körperlich fit, sondern auch im Kopf fit zu bleiben. Du hast zuerst schon ein bisschen Konzentration und so angesprochen, die ja da auch dazu gehört. Also geht mir auch ganz oft, dass ich einfach dann nicht mehr in den Fokus oft komme. Also auch an Tagen, wo es vermeintlich alles sonst okay ist mit meinem Brainfog. Kann man Konzentration üben? Ja, definitiv. Da kann man sich das Gehirn eigentlich vorstellen wie unseren Oberarmmuskel. Wenn ich anfange, ab jetzt jeden Tag zehn Liegestütze zu machen, dann wird wahrscheinlich mein Oberarmmuskel immer stärker und kräftiger werden. Und das geht auch mit dem Gehirn. Man kann Gehirnjogging machen oder wenn man jetzt sagt, ich wollte schon immer mal Französisch lernen oder ein neues Musikinstrument. Das sind Dinge, die tatsächlich kognitiv sehr, sehr anspruchsvoll sind, die aber interessanterweise laut einer Studie auch so eine Krankheit wie Alzheimer oder generell Demenz bis zu fünf Jahre nach hinten verschieben kann, wenn jemand eh dafür prädestiniert ist, wenn man davor eine neue Sprache lernt oder ein Musikinstrument sich eben kognitiv beschäftigt hält. Stichwort Demenz wollte ich dich ohnehin fragen, also ab wann wird denn die Vergesslichkeit oder diese Wortfindungsstörung, das habe ich zum Beispiel auch total oft, oder dass mir einfach Namen auch nicht mehr einfallen, meistens in wirklich peinlichen Situationen, aber ab wann wird denn das zum Problem, also Richtung gehend Demenz oder soll es die Wechseljahre, soll das dann einfach auch wieder zurückgehen oder besser werden oder keine Ahnung, hast du da irgendwie jetzt keine Richtlinie, aber einfach sagen, damit sich niemand Sorgen macht, sagen wir so. Ja, also eigentlich sollte es wieder ganz normal werden, das ist wie gesagt diese hormonelle Umstellung des Körpers und der Energiegewinnung, die das beeinflusst und es sollte wieder ganz normal werden. Wenn dem aber nicht so ist, also wenn man merkt, diese Wortfindungsstörungen und die halten an, dann sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen, weil was ja leider so ist, es sind wohl Frauen sehr viel anfälliger für Demenz und Alzheimer, weil ihre Gehirne in den Wechseljahren speziell so anfällig für Schädigungen sind und Alzheimer speziell ist ja eine Krankheit, also das heißt, es setzt sich im Kopf so ein toxisches Plug an, das dann dafür verantwortlich ist, dass Gehirnzellen wirklich absterben und das führt ja dann zu den fiesen Effekten, die daraus resultieren, dass man seine Angehörige nicht mehr erkennt und so weiter und dafür ist die Frau generell anfälliger, aber im absoluten Normalfall sollte der Brain Fog einfach wieder vorbeiziehen und sich nicht zu einer Krankheit entwickeln. Aber klar, irgendwann, wenn es jetzt sehr lange anhält, ich kann da jetzt keinen Zeitraum nennen tatsächlich, aber wenn man das spürt, dann sollte man zum Arzt gehen und das überprüfen lassen, ja. Jetzt hast du schon gesagt, das weibliche Gehirn ist ein bisschen anfälliger für solche Dinge. Wie unterscheidet sich denn vielleicht nur ganz kurz das weibliche und männliche Gehirn? Gibt es da gravierende Unterschiede? Also außer, dass natürlich das weibliche viel komplexer, größer, besser und so funktioniert. Haha. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, es ist einfach viel besser. Der einzige Unterschied ist tatsächlich die Größe, also ein männliches Gehirn ist etwas größer und etwas schwerer einfach aufgrund des Körperbaus, weil Männer auch einfach größer sind. Ansonsten gibt es da keine großen Unterschiede. Was ich auch wieder total spannend an dem Organ finde, ist, dass es ja, dass es plastisch und wandelbar ist. Das heißt, man kann gar nicht sagen, so, da ist jetzt ein Gehirn und die linke Seite macht das und die rechte macht das. Es gibt zwar Bereiche, die erforscht wurden und wo man weiß, okay, das ist jetzt für Seen verantwortlich, aber da gibt es auch wieder Studien, die zeigen, zum Beispiel bei einem Menschen, der blind auf die Welt kommt, dass eben der hintere Bereich des Gehirns, der sonst für unser Sehvermögen verantwortlich ist, der übernimmt einfach andere Aufgaben. Der fällt dann nicht weg oder ist unbenutzt, sondern dann ist sein Sehbereich einfach fürs Riechen zuständig und das finde ich so spannend. Das bedeutet halt auch, dass wir jederzeit unser Gehirn in der Funktion eigentlich umbauen können und deshalb ist Gehirnjogging oder Gehirntraining so wichtig oder auch spannend, weil wir uns selber damit austricksen können, weil wir uns neue Fähigkeiten aneignen können, weil wir uns stets verändern können dadurch. Es gibt ja auch total viele Übungen, um die Gehirnhälften einmal zusammenzuschalten oder auch zu switchen oder so. Also ich glaube, irgendwie so überkreuz aufs Knie greifen zum Beispiel ist das so eine Übung oder auch einfach einmal mit den Fingern genau auf Mitte des Kopfes einmal darüber zu streichen, einfach damit sich die auch wieder besser spüren und so. Also kennst du da so Übungen und warum soll man ab und zu Gehirnhälften zusammenschließen? Ja, ich kenne auch so Übungen, ganz, ganz witzige mit den Armen, wo man gegengleiche Bewegungen mit den Armen macht und die Gehirn, ja, ja, genau, die kenne ich auch aus dem Sportbereich. Genau, die sind tatsächlich hilfreich, um die Gehirnhälften zu verbinden und das ist einfach, wie vorhin schon erwähnt, dass man diesen Muskel trainiert, dass man die Verbindungen stärkt, weil genau das sind ja auch Erinnerungen wiederum. Wenn ich Synapsenschlüsse habe, die extrem stark sind, kann ich mich daran besser erinnern, noch besser, wenn sie mit einer starken Emotion verknüpft sind und am allerbesten, wenn diese Information auch noch negativ ist, sag jetzt mal leider, weil die negativen sind immer stärker als die positiven, weil sie uns eben bewusst machen, dass wir einen Fokus auf eine Bedrohung legen müssten, eine Bedrohung jeglicher Art in unserem Leben. Jetzt bist ja du eine sehr strahle Frau und du weißt ja natürlich bestens Bescheid, wie das Gehirn funktioniert. Wie kann ich mir die Julia Reichert so vorstellen? Also bist du eine frohe Natur oder wenn es einmal nicht so läuft an einem Tag, holst du dir dann deine Tools, deine Gadgets und machst einen guten Tag draus oder wie gehst du mit deinen grauen Zellen um? Ja, coole Frage. Ich glaube, du schätzt es schon richtig ein. Ich bin meistens wirklich sehr gut gelaunt. Also ich bin da auch sehr dankbar für, dass ich morgens aufwache, häufig auch schon vor meinem Wecker und ich mich total auf den Tag freue. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass mir meine Arbeit so viel Spaß macht und ich auch weiß, dass das irgendwie ein Privileg ist, weil ich viele Leute kenne, die ein bisschen unzufrieden in ihrem Job sind. Aber ich mache viele unterschiedliche Dinge und jetzt neuerdings habe ich mich mit einem Wiener Radiomoderator zusammengeschlossen. Er hat damals für das ORF gearbeitet, der Peter Agatakis und wir machen jetzt gemeinsam Rhetorikkurse beziehungsweise Neurorhetorikkurse, wo es nicht nur um die Rhetorik an sich geht, sondern eben auch den Hintergrund, wie wir unser Gegenüber verstehen und manipulieren lernen und ich schreibe noch und all das macht mir super viel Spaß. Aber klar, ich habe auch schlechte Tage und was mir da in den letzten Jahren so geholfen hat, ist, dass ich das nicht krampfhaft zu verändern suche, sondern wenn ich einen schlechten Tag habe, dann sage ich, hey, heute habe ich einfach einen schlechten Tag, ich bleibe zu Hause, ich schaue mir eine Serie an oder ich gehe spazieren und ich lasse mich richtig reinfallen auch in das Gefühl oder weine auch mal und ich sage, das ist jetzt einfach so. Und das ist so wohltuend, wenn man nicht krampfhaft immer versucht, das wegzudrücken oder wenn mich dann jemand fragt, wie es mir geht, dann sage ich auch, ja, ehrlich gesagt, geht es mir heute nicht gut. Ja, und wenn man damit offener umgeht, dann ist es extrem hilfreich. Voll cool. Also deine ganzen Ausführungen, der Kurs klingt sehr, sehr interessant, da müssen wir dann nachher noch gleich reden und sie zeigte auch irgendwie, dass du ja auch im Kopf komplett fit sein musst, weil du so viele Dinge angehst und so viele Dinge angreifst und dich auch immer wieder weiterbildest sozusagen. Julia, worüber ich noch ganz kurz sprechen möchte, die Wechseljahre haben ja nach wie vor einen sehr schlechten Ruf, weil viele Frauen fürchten sie eben davor, dass eben die Wechseljahre bedeuten, sie sind alt, werden nicht mehr gebraucht und es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Frauen damit echt Probleme haben, dass die Wechseljahre eben mit plus, minus 38 Jahren beginnen können. Was bringt es jetzt, wenn ich meine mentale Einstellung mal ganz grundsätzlich zu den Wechseljahren ändere? Also ich glaube, das ist sehr wichtig und deshalb finde ich deinen Podcast auch so super, weil er so viele positive Einflüsse hat. Ja klar, weil also, wenn man sich mal überlegt, wann die Wechseljahre beginnen, dann muss man auch sagen, da ist man einfach noch nicht alt. Wir werden heute halt 90 oder 100 Jahre alt, da sind wir dann mit 38 oder 45 oder auch 50 meines Erachtens noch gar nicht alt. Deshalb ist es einfach nur eine neue Phase in unserem Leben und ich denke, diese Phase kann auch damit einhergehen, dass wir entspannter werden, dass wir liebevoller mit uns umgehen, dass wir auch sagen, ich gehe mal einen Schritt zurück und das hat ja auch wieder extrem viel Positives oder ich finde einfach, man kann sich dann auch darauf freuen, man sagt, man hat jetzt mal so einiges erlebt, man fängt vielleicht auch wieder was Neues an, aber einfach die Einstellung darauf oder einen Fokus darauf zu legen und zu sagen, das ist jetzt auch schön so und ich kann glücklich damit sein. Es ist es schon sehr wichtig, als jetzt irgendwie panische Angst davor zu haben. Ich denke, das ist Quatsch, weil wir da einfach noch nicht alt sind in dem Alter. Genau, das sehe ich auch so. Oder wie siehst du das? Ja, na absolut, genau so, also das ist auch absolut mein Zugang, eben zu zeigen, dass die Wechseljahre auch eine sehr glückliche, eine sehr sicher umbrechende Phase sein können, aber dass grundsätzlich eine Chance und kein Problem sind. Genau, das ist so meine Triebfeder. Julia, ich habe zum Schluss immer Fragen aus der Community, die ich dir gerne stellen würde, aber ich sehe gerade, die habe ich mir notiert, die haben wir, glaube ich, relativ beantwortet, aber trotzdem, der Form halber und möchte es dir einfach kurz stellen und zwar Female Food Freedom, die liebe Katharina fragt eben, noch nicht, weil die ist eben Ernährungsberaterin, was denn die Ernährung bei Brain Fog alles machen und tun kann. Dann haben wir schon gesagt, ist ganz, ganz wichtig. Gibt es da irgendwie noch spezielle Lebensmittel? Das wird wahrscheinlich die Katharina vielleicht sogar besser wissen, aber bei der Ernährung als solches ist ja oft auch das Thema, dass es Frauen dann sehr schwer fällt, das ein oder andere zu integrieren. Die Katharina sagt ja immer, ja, auf nichts verzichten, aber hast du da irgendwie so einen Trick, dass man da vielleicht dann nicht so den Fokus drauf legt, weil man irgendwas ein bisschen reduzieren sollte vielleicht? Ja, also tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass man sich nichts verbieten sollte, weil wenn man sich etwas verbietet, das ist ja wieder das Witzige dran, wie an einer Diät zum Beispiel, man legt dann den Fokus darauf und isst eigentlich noch mehr von der verbotenen Frucht, wenn ich das so sagen kann, oder von dem verbotenen Lebensmittel. Das kann ich jetzt aber eigentlich nur aus eigener Erfahrung sagen, dass immer, wenn ich mir gesagt habe, ich möchte mir auch gar nichts verbieten, weil ich möchte mir halt auch alles erlauben, worauf ich jetzt Lust habe, dass das eher zielführend ist. Es gibt schon so, ja, das heißt tatsächlich auch Brain Food, das sind zum Beispiel Nüsse, Kaffee und Schokolade, also dunkle Schokolade und vielleicht auch nicht zu viel davon, aber das sind einige Lebensmittel, die zur schnellen Energiegewinnung beitragen, was das Denkvermögen dann anregt. Die Colorful Tool fragt, hält Brain Fog an oder geht er nach den Wechseljahren wieder weg? Haben wir eigentlich besprochen, sollte wieder weggehen. Genau. Zu guter Letzt, die Sally 1972 möchte gerne wissen, kann man bei Wortfindung, Störungen und Vergesslichkeit eine Art Hirntraining machen? Haben wir auch schon ein bisschen beantwortet, aber dieses ganze Sudoku und so weiter oder Kreuzworträtsel lösen, also wenn ich jetzt nicht gleich irgendwie einen Sprachkurs oder was auch immer machen möchte, hilft das auch und wenn ja, wie viel davon? Ja, also definitiv hilft das. Es gibt ja auch ganze Bücher über Gehirnjogging, Aufgaben, die sind eigentlich zu vergleichen mit so Intelligenztests, wo man dann irgendwelche Matheaufgaben lösen muss oder ja, sich etwas mit der räumlichen Vorstellung und so weiter. Also alles, was kognitiv anspruchsvoll ist oder fällt unter die Kategorie Gehirntraining oder Gehirnjogging und das ist wirklich gut. Das ist wie eben, wenn ich anfange, Liegestütze zu machen und meine Muskeln trainiere. Das ist genau das Gleiche für das Gehirn und das ist sehr hilfreich und hält auch im Alter dann fit. Das heißt, wir reden von ein Sudoku am Tag oder fünf Minuten oder mindestens halbe Stunde oder ist das wurscht? Gute Frage. Von der Zeit her, ich glaube tatsächlich, die Routine macht es. Das heißt, auch wenn ich sage, es sind jetzt fünf bis zehn Minuten am Tag, aber wenn ich es wirklich jeden Tag mache, dann wird man schon eine Verbesserung feststellen. Okay, wunderbar. Ja, die gute Nachricht dieses Podcasts, es geht vorbei mit dem Nebel und mit der Watte im Kopf. Julia, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. sämtliche Infos zu dir, gerne auch zu dem Workshop, zu deinen Büchern, packe ich in die Shownotes rein, auch wo und wie man dich findet und was es sonst noch alles von dir zu wissen gibt. Vielen, vielen Dank, Julia. Ja, vielen Dank dir, Daniela. Hat viel Spaß gemacht. Super, das gefreut mich. So, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich plane eine Menomio Sondersendung und zwar am 18. Oktober, denn da ist genau Welt-Menopausentag. Am 15. Oktober findet ja der Menoday von wechselweise.net statt, wo ich auf dem Hot Seat Fragen zum Thema Wechseljahre mit Besucherinnen aufnehmen werde und mein Plan ist, dass ich diese Sondersendung quasi drei Tage später, also am 18. dann für euch zur Verfügung stelle. Ob ich es schaffe, höre am besten selber rein und abonniere Menomio gleich auf der Plattform, wo du gerade zuhörst. Wenn du Spotify drück auch gleich die Glocke, denn dann wirst du nämlich immer automatisch daran erinnert, wenn es wieder eine neue Folge von mir gibt. Außerdem, ich freue mich, wenn du Menomio bewertest, mir auf Apple Podcast, vielleicht sogar Bewertung schreibst und mir außerdem auf Instagram oder Facebook folgst. So, da, habe ich was vergessen? Ich hoffe nicht. Ah, doch, eines. Vergiss nicht aufs glückliche Sein. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit. WePodit. WePodit.